Sollen wir den mal holen, wenn? Der ist da nämlich rechts. Ja, dann geh du von da, ich geh von hier. Okay. Ja, und, komm. Und, und. Nice. Und? Nice one. Alter. Ja, komm, das war gut von mir. Das war richtig gut. Also Teamplay, bleib bei uns. Hey, und willkommen bei einer weiteren Folge Minecraft Survival Games. Wir spielen auf der Map SG4 Xmas irgendwie so um den Dreh. Mit dabei ist der Thomas. Hi. Hallo. Wie heißt ihr überhaupt nochmal irgendwie Xmas oder so, ne? SG4 Xmas. Ja, genau so. Steht sogar im Chat jetzt. SG4 Xmas. Aber die Map kennt eigentlich, denke ich mal, jeder von euch. Die ist nur halt etwas verbessert worden, halt so weihnachtlich geschmückt. Und die gefällt mir auch sehr, muss ich ja dir zugeben. Habt ihr ja schon mal einmal getestet oder so mit dir, weiß ich ja noch, ne? Ja, ja. Also die ist echt mega nice. Ja, ich glaub nicht, dass ich das vergessen hab. Ich glaub vorgestern war das, wo wir gezockt haben. So ein Fisch gehen hab ich dann doch nicht. Schade. Wie ist der direkt in der Mitte gelandet? Keine Ahnung. Oh Gott, die kämpfen schon alle. Weg hier, weg, weg. Komm, bitte nicht runterboxen. So. Oh, da war eine Kiste. Du ein Pischer. So. Ich hasse das, wenn die direkt killen möchten, weißt du? Egal. Ach komm, egal. Ich bin hier. Wir gehen wieder zu dieser einen Stelle, wo da irgendwie drei, vier Kisten waren. Kennst du ja, ne? Naja. Aber trotzdem hast du den einen Typen gesehen, der direkt auf der Workbench da stand? Ja. Der war voll schnell auf einmal, ne? Die Brunde hatte gerade begonnen und der war da. Ja. Keine Ahnung. Egal. Naja, ob das alles so läuft, ne? Das ist ne Frage, ne? Äh, hier ist ne Kiste. Ja, da ist auch eine. Ja. Goldschwert und Angel, perfekt. Goldschwert und Schuhe. Okay. Da ist noch ne Kiste. Ich mein die auf dem Lodiger. Ja, ich würde mir an dem Lodiger. So. So, ich hab auch ne Angel. Okay, Steinschwert. Perfekt. Nice. Leider nur einen. So. Jo, passt schon. Ähm. Dann brauchen wir noch Rüstung. Ja, Rüstung ist grad sehr wichtig. Aber, hier ist auch noch ne Kiste, glaub ich. Moment. Hier irgendwo. Ja, da hinten. Ah, Knochen. Perfekt. Wir haben gewonnen. Ähm. Auf jeden Fall. Kann mir nix besser aus vorstellen. Keine Ahnung. Ja. Hier drin ist auch, glaub ich, Park. Ich kenn die. Die ist voll. Da ist einer. Wo? Warte, da ist einer. Da. Ah, da. Okay. Der hat nen Helm. Den könnten wir gut gebrauchen. Mhm. Ich booste dich, wenn's geht. Oh, fuck. Oh, Gott. Jawoll. Ah. Ah, voll gegen den Baum. Egal. Warte, ich geh mal ein bisschen von der Seite. Zack. Jo. Nice. Perfekt. Warte, ähm. Nimm du mal am besten den Helm. Maust du eine Indialhose auch? Hast du nen Eisenbarren für mich? Äh, ne. Schade. Ich hab zwei Sticks und einen Eisenbarren. Äh, ja gut. Läuft eigentlich schon mal gut. Äh. Gut. Haben wir irgendwas anzusprechen? Vielleicht. Äh. Irgendwat. Neues Projekt hatte ich schon drüber geredet. Ich auch. Glaub ich. Keine Ahnung. Mir wird jetzt gerade echt nix einfallen. Mir irgendwie auch gerade nicht. Normalerweise hab ich... Okay, warte. Äh. Ach, du hast schon das Chefblade. Gut. Hier in dem Kettenschuh. Normalerweise fällt mir einfach immer so ein paar Themen ein, aber jetzt irgendwie gar nicht. Keine Ahnung woran es liegt. Oder ist ne... Oh Gott. Hallo Sam... Wie heißt der? Kettenhose. Äh. Dalian. 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 Whatever. 1522 Tokens hab ich. Perfekt. Okay. So, normalerweise spiel ich gar nicht auf Hive, aber die neue Web gibt's leider nur auf Hive, deshalb müssen wir da spielen. Sonst spiel ich eigentlich gar nicht irgendwie. Keine Ahnung. So. Ich bin jetzt auf dieser Scheune da. Kennst du ja, ne? Ja, ich stehe hier unten. Oh, jawoll. Jawoll. Da oben ist noch ne Kiste. Zwei Eisenbahnen und noch ein Stick. Also, wenn ich jetzt noch einen Eisenbahnen finden, können wir zwei Eisenschwerter machen. Okay. Das wär geil. Ja, lass schon mal eins, lass am besten schon mal eins machen, dann kannst du mir dein Steinschwert geben. Ja, können wir machen. Ist hier drin ne Workbench? Keine Ahnung, sonst können wir ja in die Mitte gehen. Äh, ne, nur Öfen. Hier auch nicht, schade. Ja, dann lass einfach in die Mitte gehen. Ja. Aber Rüstungsgegenmächsten war richtig gut. Vielleicht finden wir sogar noch ne Eisenbahn. Ja, du brauchst halt noch ne bessere Chefsplitter, aber ansonsten. Ja. Ich hab ja immer Glück, dass ich in der Mitte einfach Kisten finde, die gar nicht gelootelt worden sind. Ja, unten rechts, unter der Erde ist ein Name. Sehe ich schon mal. Ah, da, ja. Ah, ich glaub da ist bei der, ähm, wie heißt der so? Unten in der Kanalisation, glaub ich. Ja. Dann gehen wir mal gleich da hin. So. Jawoll. Okay, du beschützt mich? Ja. Perfekt, zack, zack. So, nimm du Steinschwert, ich nehm Eisen. Okay. Oder willst du Eisen? Ne. So. Immer schön looten, vielleicht finden wir was, keine Ahnung. Ja, okay. Oh, Flint. Perfekt. Ja, hab ich. Okay. Äh, sollen wir zur Kanalisation gehen oder eher noch Eisen suchen? Eisen, ne? Eisen, wir sind voller. Gut, da ist ne Kiste. Oh, TNT. Nice, vorbei, der Typ ist, glaub ich, in der Nähe, wenn. Ah, wir könnten von hier an, ne? Ja, vielleicht hat er noch ein Eisen dabei. Da ist einer, pass auf, pass auf, da hinten ist einer. Äh, bei dem Baum da. Da, da sind, no, die kämpfen. Sind zwei, ja. Die kämpfen, die kämpfen, die kämpfen. Direkt mal abstauben. Jawoll, der hat einen Diamant. Den kriegst du, oder? Ja, wenn es geht, booste mich. Ich bin leider zu weit entfernt. Aber die müsste es eigentlich kriegen. Der müsste, oh, der macht. Ne. Ich komm nicht dran, schade. Da sind nochmal zwei. Ja. Voll das Battle hier gerade. Warte mal, willst du am besten vor, sonst geh ich gleich drauf. Ich geh auch immer drauf. Ja, aber nicht so schnell wie ich. Oh, das sind wirklich zwei. Komm. Haben wir. Jawohl, den hab ich in den Kombo gegeben. Ja, den anderen hab ich auch gut erwischt. Komm, jetzt einmal boosten und das ist weg. Ich hab leider keinen Bogen, das ist das Problem. Hätte ich jetzt einen Bogen, der wäre locker tot. Jetzt einmal boosten. Nochmal, nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. Na, fuck. Scheiße. Boah, jetzt ein Bogen, Alter. Hm. Jetzt ein Bogen. Ja, ich bin gerade zu weit weg, um dich boosten zu können. Nochmal getroffen. Der müsste jetzt eigentlich sterben. Der dürfte noch zwei, drei Herzen haben. Ja. Ja, ich bin zu weit weg, um dich zu boosten. Macht nichts. Sonst würde ich das machen. Ich werde das alleine machen jetzt. Komm, der dürfte nicht mehr so viele Herzen haben. Komm, 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 komm. Ich komm mal näher ran. Und der ist tot. Nein. Nice. Pass auf, hinter dir jetzt. Ist er hinter mir? Nee, ich bin hinter dir. Fuck. Scheißen. Oh, fuck. Egal. Lol. Lol. Ich bin fast tot. Oh mein Gott. Wo kam der denn? Nein. Komm, komm her. Fuck, ich kann nicht mehr ran. Ich kann nicht mehr ran. Ich habe auch nur noch drei Herzen. Egal. Oder? Sollen wir wieder zurück? Zurück, ne? Ich habe vier Herzen. Ich habe nur noch vier Herzen. Mann, ich hätte den fast bekommen. Hast du ein bisschen Essen? Äh. Da. Pass auf. Oh Gott. Jawohl. Jawohl. Ich renne ein bisschen hinterher. Oh, der hat da einen Eisenschwert. Ich esse mal eben noch. Wir können auf jeden Fall. Ich esse mal eben noch. Wir können einen Eisenschwert machen. Eisenschwert. Wo habe ich einen Bogen, bitte? Nein. Warte, ich habe einen. Warte. Hier. Jawohl. Genau so muss das hier laufen. Äh, warte. Ich habe... Ach, du hast auch eine Eisenhose, ne? Ja. Hier hast du eine bessere Chestplate. Dreh ich um. Thanks. So. Perfekt. Dann machen wir uns erstmal ein Eisenschwert für dich. Mhm. Dann hast du auch ein Eisenschwert. Warte. Sollen wir den mal eben holen, wenn? Der ist da nämlich rechts. Ja, dann geh du von da. Ich gehe von hier. Okay. Ja. Und. Komm. Und. Und. Nice. Und. Nice one. Alter. Ja, komm. Sauber. Das war gut von mir. Das war richtig gut. Ja. Also Teamplay. Gut, warte. Ich nehme auch noch einen Bogen. So, ich habe jetzt auch einen Bogen. Äh. Uh. Boah, ich gehe irgendwie voll ab, ne? Äh. Okay. Ja, dann lass mal ihn craften. Ja, auf jeden Fall. Also die Runde läuft einfach, ne? Teamplay und so. Mhm. Echt nice, auf jeden Fall. Ist eine gute Runde. Dafür, dass es die erste auf der Map endlich mal ist, ne? Ja. Wir haben die ganze Zeit versucht, irgendwie diese Map zu spielen, aber irgendwie wir wählen die diese einfach Map irgendwie nicht. Dann wollten. Dann wollte uns noch einer verarschen. Ja. Das war auch ganz lustig. Ja. Hast du ein Deer? Nice. Äh, ne. Schade. Ein Deer, dann kann ich auch ein anderes Deer-Schwert machen. Okay. Also haben die alle keinen geschehen, nicht so viel zu essen oder so? Sind die alle dumm? Keine Ahnung. Wer hätte ich jetzt, wenn die Kisten jetzt irgendwie refillen würden, das ist ja auf Gomme, so habe keine Ahnung, dass die auch so ist, dann können wir hier auch einen Fall finden. Wenn es Nacht wird. Wenn es Nacht wird. Ja. Ich glaube, dass wir... Irgendwas konnte man hier, glaube ich, eingeben, damit man das sieht, aber ich weiß nicht was. Keine Ahnung. Ah doch, ich glaube irgendwie... Slash refill, wie viel, so was man da... Ja, irgendwie so ein... Irgendwie, warte mal. Ähm, slash time... Hä? Naja, ich kann nur slash records oder so einen Scheiß. Ähm, warte mal. Da, time left deathmatch ist das nur, fuck. Time left, records, half SG fix, vote, list, check report. Ne, geht irgendwie, glaube ich, nicht. Ach, egal. Egal. Dann lass uns überraschen. Da oben ist einer. Also, wo ist der? Mal gucken. Oh Gott, hallo. Lol. Achso. Oh. Alter, der hat dir übel zu Kompon-Bogge gegeben, irgendwie, glaube ich. Ja, ja, ja. Ich schau dich an so. God damn. Ich dachte, du hast ja... Wie viele Pfeile habe ich denn? Ich habe gar keine Pfeile. Keine Pfeile? Hast du ein paar Pfeile? Warte. Ich habe 15, dann gebe ich einfach die Hälfte hier. Okay. Oh, ich dachte, du stirbst eiskalt. Ja, habe ich aber auch gedacht. Wie viele alles hat das noch? So viel habe ich da noch... Ich hätte da noch vier, als ich runter... Also, nachdem ich runtergefallen war. Trotzdem. Ja. Komm, wir gehen nochmal schnell ins... Die Ungespiegel droht. Vielleicht finden wir da noch ein Tier. Man weiß es nicht. Hier ist nichts. Ah, hier ist eine Kiste. Hier auf der Seite... Ne. Das war dann die andere Seite, wo das ist genau. Hier war irgendwie eine Falle, aber die ist, glaube ich, nicht da. Ja, die ist nicht mehr da. Okay. Ah, die Map ist echt mega geil. Hier ist nichts. Warte, ich leg mal ein bisschen Crap weg. Ne, hier sind keine Kisten. Ja, schade. Dann müssen wir jetzt einfach abwarten. Hm. So. Wie viele leben noch? Oh, wir und noch zwei andere. Ja, ja. Wir kommen jetzt ins Steffmash. Ja. So, hoffentlich können wir was Spannendes machen. Komm. So. Wir stellen in die Mitte an. In der Mitte gibt es eh nur so eine Kiste. Da gibt es irgendwie Trank und selbst... Ja. Trank des Schadens. Du kannst dich selbst damit töten. Ja, warum? Keine Ahnung. Ich schick's nicht. Was ist das denn? Shane, I thrill. Der andere steht einfach nur dumm drin. Ach komm, weißt du was? Das ist wieder so ein Camper. Weißt du was, ey? Mir reicht's hier. Mein Gott, jetzt stirb. Gib mir deine Tokens, danke. Jawoll. Nice. Puh, ich geh einfach ab. Ohne Witz. Die Runde ist einfach legendär. So. Wo ist der andere überhaupt? Der ist tot, den hab ich erwischt. Ah, okay. Der hatte gar nichts. Das war so ein Camper, der sich irgendwo in der Runde versteckt hat. Ach so. Also, okay, du hast Eisenbrust, kannst du das ja ein bisschen fliegen. Äh, ja. Nein, nein, nein. Ich hab, warte mal, warte mal, warte mal. Benutz das ruhig. Weil ich schlechter bin, oder was? Ja. Ja, nein, jetzt. Benutz einfach. Ja, komm. So. Gut. Are we ready? Äh, ja. Okay, go. Mitbogen? Ja, ne? Ja, klar. Okay. Ich bin richtig schlecht. Nee, nee. Du bist schon gut. Vielleicht. Nee, vielleicht. Nee, die Sache ist einfach, ich hatte mal ne Zeit, wo ich viel PvP gespielt hab, aber die ist auch schon wieder längst vorbei. Komm. Oh. Oh. Mr. Woffen geht ab. Naja, würde ich nicht so sagen, ne? Oh nein, er geht ab, er geht ab. Oh. Oh fuck. Komm, 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 komm. Oh, schade. Wo bist denn du? Oh Gott, da ist der, ja. Hm. Fuck. Goll. Ich dachte, du bist gestorben. Ja, ich hatte... Hä? Ja, ich hatte nur noch eineinhalb Herzen. Ich hatte nicht mehr genug zu essen. Ich hab da nicht regeneriert in der Zeit, wo du reingen konntest. Ach so. Du bist wirklich gestorben. Ja, ich hatte... Ich konnte nicht mehr reingen. Ach so. Ich hatte kein Essen mehr. Du hast nichts gesagt. Hä? Ja, ist halt im Kampf so. Fast schon. Egal. Ist ja eh einfach Teamplay gewesen. Wie viele Herzen hattest du noch? Full. Hä? Full. Nein, ich meine, wo du da auf einmal weggerannt bist. Fünf oder so. Ach so. Das ist auch gut gegeben, auf jeden Fall. Ja, da hatte ich aber auch nur noch... Da hatte ich nur noch ein halbes Herz. Vor allem du bist schlecht, ne? Nee. Ich bin schlecht. Kein Scheiß. Ja, okay. Auf jeden Fall, wenn euch die Runde gefallen hat, könnt ihr eine positive Bewertung da lassen. Schaut beim Toastplay vorbei. A.K.A. Toastmas. Der ist auch ganz cool. Schaut bei ihm vorbei. Und wenn ihr mehr SG sehen wollt, dann lasst eine Bewertung da. Und wir sehen uns einfach morgen wieder bei einer neuen Folge... Keine Ahnung. So. Dann würde ich sagen, ciao. 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 σηg Untertitelung des ZDF, 2020